AWFNR 445 445 mit Carol. Carol. Verändern sich deine Namen, Caro? Wie du es gerade so vom Aufgesagt hast mit so einer Telefonsex-Stimme. Carol. Hey, das ist Carol. Meinst du, es gibt noch Telefonsex? Das gibt es, glaube ich, nicht mehr, oder? Das weiß ich nicht. Gibt es überhaupt Telefone noch? Ja, es wird weniger telefoniert auf jeden Fall. Aber dafür viel gepodcastet. Und in diesem Alle-Wege-führen-nach-Ruhm-Format mit der wunderbaren Caro, die ich immer mal wieder, ich hoffe, du gehst immer mal wieder ins Telefon, weil ich das immer sehr genieße und weil ich dir sehr gern zuhöre und weil ich es abgefahren finde, was du da so durchziehst und machst und mich sehr darüber freue, was da so passiert in deinem Leben. Und wirklich, also langweilig ist Caro nicht. Das kann ich schon mal ganz klar sagen. In den nächsten 60 Minuten gibt es ein Feuerwerk an Sachen. Und dabei haben wir noch nicht mal über die Hälfte geredet der Sachen, aber sie hat einen Aushilfsjob gemacht. Sie kellnert jetzt. Sie ist auf Fashion Weeks. Sie, ich rede in der dritten Person über dich. Entschuldigung, liebe Caro, du bist auf Fashion Weeks und hast Fashion Shows auf Fashion Weeks. Und wir haben natürlich auch über ein wunderbares Sommerfest in der Mönchhofstraße 11 in Heidelberg mit wunderbarem Kochen und Wein und Bier und unser Betriebsausflug, der Caro-Kauer-Label GmbH oder ein Coca-G. Ich weiß gar nicht, was dein Universum inzwischen. Caro-Kauer-Family. Caro-Kauer-Family. Die kam vorbei in Heidelberg und hat die Paris-Family besucht. Und das haben wir alles heute besprochen. Und es ging nicht so super viel um mich, muss ich jetzt auch mal zugeben, was okay ist. Also ich habe ja immer noch viel geredet, aber wer das will, also wer ein Interesse daran hat, was in meinem Leben so los ist und was da ist, dem lege ich sowieso was anderes ans Herz. Und da bist du ja auch mein Vorbild. Das habe ich kreiert, nachdem du das kreiert hast, liebe Caro. Was eine Lüge ist, weil es andersrum war. Aber hey, es gibt ein Newsletter. Dieser Newsletter heißt Post von Paul. Und da gibt es auch eine Audio-Version. Und dieser neben Post von Caro, was auch ein großartiger Newsletter aus Caros Welt ist, ist Post von Paul. Da erzähle ich tatsächlich, was in meiner Woche so los ist. Jeden Samstagmorgen. Und dann könnt ihr mit einem wunderbaren Cappuccino im Bett euch das anhören und euch beriesen lassen von 15 Minuten Schwall-Alarm von Paul Rippke. Und ich mache auch immer so ein bisschen was aus L.A. rein. Ein bisschen was Cooles für die Schlauen, ein bisschen was Schlaues für die Coolen. Damit ein paar Conversation-Starter im nächsten Meeting oder auf dem Flur oder wenn ihr mal wieder Kellnern irgendwo seid und am Anfang könnt ihr sagen, hey, hast du gehört? Hier, Kanye wurde in Müllsäcken verkauft bei Gap und es gibt riesen Ärger darüber, weil es nicht so gut ankommt. Oder die Bierwerbung von Pat Mahomes, die ist relativ abgefahren, weil die Fußballer, also American Footballer dürfen nicht für Bier werben. Und dann hat eine der allergeilsten Sachen, die ich wirklich seit ewig gesehen habe, ist, dass eins der Hauptbiere, was hier getrunken wird, ist Coors Light. Das ist ein Leichtbier, was nicht auf den Alkohol bezogen ist, sondern auf die Kalorienanzahl. Und die haben eh das geilste Marketing der Welt, weil die haben auf die Dose außen eine Farbe gedruckt, die nur, wenn sie kalt ist, blau ist. Und sonst ist sie weiß. Und das sind die Rocky Mountains. Und wenn das Bier kalt ist, innen drin, dann sind die Rocky Mountains blau. Und das finde ich ziemlich abgefahren. Krass. Weil jeder Idiot natürlich, As long as the mountains are blue, I'm gonna have another beer. Also weißt du, es ist ein genialer Marketing-Move, dass quasi die Kälte des Produktes außen transportiert wird. Finde ich super geil. Und jetzt haben sie eins draufgesetzt, weil sie mit Pat Mahomes, einem der berühmtesten Footballer-Quarterback, den als Testimonial gekauft haben. Der darf aber nicht werben für Bier. Also der darf keine Bierwerbung machen. Der darf keine Alkoholwerbung machen, weil er in seinem Vertrag das verboten hat. Alle NFL-Spieler dürfen nicht für Alkohol werben. Und was sie aber gemacht haben ist, die haben ein Teekesselchen benutzt. Also weißt du, was ein Teekesselchen ist, Caro? Nein. Das ist ein Begriff, der zwei Sinne hat. Eine Birne zum Beispiel. Kann ja eine Birne zum Essen oder eine Glühbirne sein. Und das habe ich meine ganze Kindheit immer gespielt, Teekesselchen. Und Cross Light hat das gemacht mit dem Begriff Light. Also das ist ja ein Light-Bier, aber eben auch ein Licht. Und die haben eine Taschenlampe kreiert, für die der Footballer wirbt. Der steht quasi da und sagt, das ist the best Light I've ever had und zeigt diese Taschenlampe und die gibt es auch. Aber draußen weiß natürlich jeder, das Cross Light ist nicht die Cross-Taschenlampe, sondern ist das Bier. Aber sie sagen es nie. In der Werbung machen sie Werbung für eine Taschenlampe. Genial. Ich finde das so abgefahren. Und solche Sachen gibt es bei Post von Paul. Jeden Samstagmorgen erzähle ich solche kleine Geschichten und ich erzähle auch ein bisschen, was bei mir so los ist in meinem Leben. Falls euch das interessiert, bringt mega Spaß. Also mir macht es Spaß, den Leuten macht es Spaß. Da gibt es auch eine Audio-Version, das ist ein Text-Newsletter, wo ich aber noch dazu eine Audio-Version für den, der zu faul ist, irgendwas zu lesen. Ich weiß nicht, gibt es das bei Post von Caro auch eine Audio-Version oder ist das ein klassischer? Also in dem Fall muss ich dir auch mal was nachmachen und dann muss ich auch mal so eine Audio-Version nachmachen und dann in meinen Newsletter einbinden. Ist eigentlich eine ganz geile Idee. Danke, Paul. Toll, Paul. Toll, Paul. Post von .paulritke.com und genau das Gleiche gibt es natürlich post von Caro.com. Falls euch die jeweiligen Leben noch mehr interessieren, ansonsten hört ihr jetzt einfach hier eine Stunde AWFNR Folge 445 mit der wunderbaren Caro Kauer. Vielen Dank, dass du drangegangen bist und ich freue mich sehr auf Dienstag. Da gibt es das erste Kauer X Rippke. Caro Kauer K-K-L-B-L-P-R-I. Paris X, Caro Kauer Label X, Caro Kauer X, Paul Rippke X, Via Paris X, was auch immer. Es wird richtig nice. Ich freue mich drauf. Und jetzt geht es los. Paul 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 Als einer der ersten Menschen hast du dich mit vollem Namen hier angemeldet. Ich meine, so ein Tool, wo man so aufnimmt, da schreibt man so seinen Namen rein. Da steht jetzt Paul und dann steht Simon, der hört ein bisschen zu und versucht es dann danach zusammenzuschneiden. Und bei dir steht Caro Kauer. Ich habe das von dir, ich habe das von dir, weil das ist ja schon so ein Phänomen, egal wo man mit dir hingeht. Dich spricht auch keiner mit Paul an. Also es ist ja schon immer so, hallo Paul Rübke oder das Paul Rübke, ey guck mal Paul Rübke, hallo Paul Rübke. Auch meine Kinder, letztens im Auto, Paul Rübke, Paul Rübke, Paul Rübke, Paul Rübke, weißt du noch? Das war ein schönes Gespräch mit deinen Kindern, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Weil es auch echt Spaß gemacht hat, die so ein bisschen anzustacheln gegen dich, weil es dich so ein bisschen genervt hat auch. Weil wir versucht haben, Termine zu besprechen und so Sachen wie, wer macht dann welchen Stream, wohin. Und das war schon ein inhaltliches Gespräch. Aber Noah und Sophie schon auch Bock hatten, mal mit mir über die Hüpfburg zu reden. Und ob ihr da jetzt zwei Euro Eintritt geprellt habt, weil, also das hat mich auch beschäftigt, muss ich sagen. Ich meine, ihr könnt ja nicht einfach da in den Nachbarort nach Göppingen gehen und beim Möbelhaus ist diese Hüpflandschaft während den Sommerferien. Und das kostet Eintritt. Das ist nur, das ist ein Obolus, liebe Caro, wo man sich beteiligen muss an dieses arme Möbelhaus, was bestimmt irgendwie XXXXL Lutz oder irgend sowas heißt. Warum denkt man eigentlich, dass XXL Lutz ein guter Möbelname sein sollte? Also Möbelhausname, aber auf jeden Fall gibt es da in Göppingen dieses arme Möbelhaus, was irgendwie versucht, an der Existenzgrenze noch zu überleben. Und deswegen hat der Marketingmanager sich überlegt, da stellen wir Hüpfburg im Sommerurlaub hin. Und dann hat der Geschäftsführer gesagt, ja, nee, so läuft es nicht. Das ist ja immer noch hier, also Kosten, super, sind sehr hoch gegangen im Hüpfburg-Business. Und dann kostet das zwei Euro Aufwandsentschädigung. Das ist einfach nur ein Beitrag. Und Caro Kauer reitet da ein und sagt, das zahle ich nicht. Du hast dich einfach hintenrum, hast du die Zeche geprellt und hast gesagt, oh nee. Und da muss ich jetzt auch mal kurz sagen, dass Noah hat ein besseres Verständnis dazu, das hat den beschäftigt. Wie alt ist Noah? Noah ist drei. Und den hat es sehr beschäftigt, dass die zwei Euro nicht bezahlt worden sind von euch. Also sicher in Summe sechs Euro, weil warst du auch auf der Hüpfburg? Erste Frage. Auf jeden Fall, ich habe ein Salto gemacht. Aber das stimmt alles gar nicht. Deswegen hättest du auch zahlen müssen. Das sind sechs Euro, die du einfach dem armen Möbelhaus weggenommen hast. Das ist eine Unverschämtheit. Nee, das klingt ja asozial an. Das stimmt so alles überhaupt nicht. Ich dachte, ich muss das bezahlen und habe diese Kasse gesucht und die gab es nirgends. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass das steht für den Zirkus. Der Eintritt kostet zwei Euro und nicht für die Hüpfburg-Landschaft. Deshalb sind wir einfach... Was soll denn das für einen Zirkus sein, der zwei Euro Eintritt kostet? Also warum nicht gleich zehn Cent? Keine Ahnung. Das kann kein Zirkus sein. Also doch, das ist halt in Göppingen. Ist die Welt noch in Ordnung, sage ich dir. Da kann man zwei Euro für einen Zirkuseintritt verlangen. Was kostet eine Kugel Eis in Göppingen oder in Eislingen? 1,50. Ich glaube, das ist toll, sage ich hier in L.A. Ja. Ich war letztens ein Eis essen, da hat es acht Dollar pro Kugel Eis gekostet. Ist umgerechnet. Und der Dollar, leider inzwischen eins zu eins, ist eine der Sachen, die... Also in den letzten drei Jahren hat sich meine, also meine Einnahmen, mit denen ich Geld verdiene, haben sich erheblich Richtung Deutschland entwickelt. Also davor habe ich ja durchaus auch hier in Amerika gearbeitet für Hotel Beckham Junior, für den Typen der Aufweigen verteilt auf den Oscar-Verleihungen und all sowas. Also ich hatte ja schon ein paar amerikanische Kunden und habe hier richtig auch gearbeitet. Also das war so, keine Ahnung, Hälfte, Hälfte oder sowas, vielleicht zwei Drittel, ein Drittel. Und jetzt ist es fast 90 Prozent Deutschland. Und in den letzten fünf Jahren, während das sich quasi zu Deutschland verschoben hat, ist der Dollar um 20 Prozent runtergegangen. Das heißt, meine kompletten Einnahmen sind so 25 Prozent. Also es ist wirklich, es ist eins zu eins inzwischen. Also wenn acht Dollar sind, acht Euro. Jetzt muss ich mal einmal mein Gehirn anstrengen. Das heißt, im Moment ist es… Das ist gar nicht so einfach, ne? So am Spielen morgen. In Deutschland wird es jetzt für mich billiger, aber Deutschland Geld zu verdienen und Amerika wird noch teurer, weil davor war es wenigstens ein bisschen billiger. Amerika ist eh, hier kommen ja jeden Tag Leute vorbei im Store und inzwischen ist der Running Gag… Deine Fans. Deine Fans, meinst du? Nee, das sind keine Fans, das sind interessierte Menschen, die vielleicht irgendwo… Sagen die nicht Paul Rübke? Hallo Paul Rübke, hi Paul Rübke. Die sagen manchmal hallo Paul und vor allem im Run Club, Alter, Run Club ist strong. Beim Run Club waren 40 Leute jetzt oder sowas. Also da ist richtig, da gibt es jetzt richtige, also inzwischen sprechen mich Nachbarn auf mit, was macht ihr da jeden Mittwochabend und was, wie kann ich da mitmachen und so weiter. Also das ist, da bin ich richtig stolz drauf, muss ich sagen. Megaschön. Also das ist jeden Mittwoch um 18 Uhr so viele Leute. Aber einer der gemeinsamen Nenner, ich sage jetzt immer so, die machen ja schon viele Deutsche, die hier zu Besuch sind und dann freundlicherweise in Newport Beach vorbeikommen und sich hier die Fahrräder ausleihen oder es gibt ja auch immer ein Espresso aufs Haus oder wir haben hier auch Klamotten und ich würfel ja immer. Ich würfel jetzt wieder sehr, sehr intensiv. Das würde ich dir auch ans Herz legen, wenn du dann mal in deinem neuen Laden, was echt Bock bringt, ist so ein Würfelspiel. Und das habe ich, bei mir in Heidelberg gibt es den Zuckerladen. Der Zuckerladen ist so eine Institution in der Plöck und da kann man hingehen und da kann man mit Kindern sich so Süßigkeitentüten zusammenstellen, sauer, süß, was auch immer. Aber so richtig geil traditionell abgefahrene, das sind auch japanische Süßigkeiten und dieses Paar, was das schon seit Jahren betreibt und ich wundere mich, dass es die noch gibt, weil die müssen inzwischen 100 sein, aber ich glaube, die gibt es auch wirklich noch. Und die würfeln immer am Ende mit dir um irgendeinen Lolli nochmal extra oder eben um, also du kriegst am Ende, kannst du nochmal spielen mit denen. Und das war, also meine ganze Kindheit hat es fast mehr Spaß gemacht, als den Zucker zu kaufen. Und deswegen habe ich das hier eingeführt, dass quasi am Ende des Kaufvorgangs, wenn die gesagt haben, wir bezahlen jetzt, dann geht so das Klavier auf. Im Klavier ist die Kreditkartenzahlsituation, dann klappe ich das so hoch und drin sind eben auch zwei Würfel und dann machen wir es wieder zu. Und auf dem Klavier würfeln wir dann um die Rabatte mit zwei Würfeln und man hat entweder addiert, also zwei plus vier ergibt dann sechs und dann kriegt man sechs Prozent Rabatt. Und wenn man aber einen Pasch hat, was ein schönes… Dann kriegt man es umsonst hoffentlich. Nee, dann kriegt man die Prozente kriegt man dann als, also wenn man einen Vierer-Pasch hat, dann kriegt man 44 Prozent. Das ist schon ganz schön viel Rabatt und du kannst ja immerhin bis 66 Prozent dann hochspielen. Ja, das ist gut. Und am meisten Spaß habe ich daran, dass dann Leute gerne mal, also für zehn Liegestützen darf man nochmal würfeln oder sowas. Weißt du? Also erst recht, wenn Kids dabei sind, die müssen dann immer Sachen machen. Und da kommt der alte Hockey-Trainer aus mir raus, dass ich sage und zack. Ich habe ja wirklich richtig viel Hockey trainiert, Jugendmannschaften in Hamburg, so bestimmt sechs Jahre lang Jugendmannschaften im Hockey. Also ich kann auch Leute quälen, wie du ja beim Laufen schon mal kennengelernt hast. Du, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich habe mich auch schon gequält, ja. Sieben Uhr morgens ist es hier. Dann Redeanteil. Jetzt habe ich schon wieder viel geredet. Dann Redeanteil. Was geht bei dir, Caro? Ach du, alles gut. Ich freue mich, dich endlich wiederzuhören. Ich habe das Gefühl, wir haben einfach schon seit mindestens drei Wochen nicht mehr telefoniert. So richtig, intensiv. Sechs, sieben Wochen. Ach komm. Also der letzte, ey, also das kann man ja schon auch mal so sagen, dass, also ich versuche wirklich seit Wochen dich ans Telefon zu kriegen. Und der letzte Moment, wo wir auch nur ein ernsthaftes, normales, inhaltliches Wort geredet haben, war, glaube ich, das legendäre Sommerfest in meinem Garten, wo wir ein bisschen, wo ein kleines Fest. Also da habe ich drei, vier Leute und das ist ein Betriebshaus. Da kannst du mir jetzt mal erzählen, wie hast du das wahrgenommen? Also zu dem Fest, ich habe gesagt, hey, guck mal, ich habe eine neue Küche. Ja, das war sehr spontan. Und dann muss Chris Nanu für uns kochen, weil der noch eine offene Wettschuld hat. Dann lade ich drei, vier, ja, externe Leute, Podcast-Hörer ein, die dann dahin kommen können. Die hat Chris Nanu dann ausgewählt und dann dachte ich, hey, Caro, komm doch mit deinem Team auch noch rum. Ja, das hast du mir alles verschwiegen übrigens. Du hast zu mir gesagt, hey, Caro, komm doch mit deinem Team rüber, so, ja, dein Office-Team, so zehn Leute. Und dann haben wir einen schönen Abend, wir grillen zusammen und 22 Uhr ist wieder Abfahrt nach Hause. Und dann habe ich mein Team gefragt, es konnten so spontan, weil ich glaube, du hast zwei Tage zuvor gefragt, so spontan konnten dann insgesamt vier plus ich, also fünf, wir sind mit einem Auto angereist, waren ein bisschen zu spät. Ihr habt schon das Fass, das Fass, das Bierfass, roll das Fass rein. Genau, das habt ihr auf jeden Fall schon mal angezapft. Dementsprechend war auch schon die Stimmung. Um 14 Uhr haben wir mal kurz, wir mussten es ja testen. Auf jeden Fall, ja. Alter, das ist dieses Kreußen von der Kulturbrauerei, das beste Bier der Welt, aber es ist halt, also davon trinkst du vier, fünf. Und diese Tatsache, dass man, also man trinkt ja nur ein Bier, was man ein bisschen auffüllt, manchmal. So ein kurzes Top-off, weißt du, also man macht das Fass einmal so kurz auf und dann ist ja immer noch ein Bier. Wie besoffen waren wir, als du ankamst? Also was für ein Gefühl von der Skala von 0 bis 10? Also erstmal sind wir reingegangen, schön durch den Hintereingang und dann bin ich mir vorgekommen, wie auf eine Hochzeit. Es war so eine richtig lange Tafel aufgebaut. Komm, das war ganz schön. Das war richtig schön. Ich dachte, so machen wir das. Ja, das war so ein richtiges Pinterest-Instagram-Event. Das hat mein Heidelberger Team gemacht. Die haben sich wirklich geil Mühe gegeben. Franzi und Simon und Natascha und Jenny auch. Auf jeden Fall, das war richtig schön, auch mit Blümchen auf dem Tisch und so. Und da waren auf jeden Fall schon ganz viele Menschen da, die ich teilweise aus deinen Storys kannte, teilweise auch noch gar nicht gesehen habe. Irgendwelche Sterneköche. Du auf jeden Fall schon richtig angetrunken, mit der Fahne mir entgegengekommen. Also ich habe auf jeden Fall, also komm, also der Pegel war auf jeden Fall schon da. Wir sind aber auch wirklich spät gekommen, also ich glaube 18 Uhr statt 17 und ihr habt ab 15 Uhr getrunken. Ab 15 Uhr war eingeladen, ab 13 Uhr haben wir getrunken. Nein, du hast ab 17 Uhr eingeladen. Wir standen ewig im Stau. Auf jeden Fall mega coole Leute. Ich habe mein Team direkt vorgestellt. Wir haben, ihr habt schon angefangen zu grillen. Das Essen war absolut krass. Es war so lecker. Hast du eigentlich mitgekocht? Null. Es gab nichts von mir da, weil das ja so ein bisschen, die haben sich ja so hochgeschaukelt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich meine, da waren drei Sterne prämierte Köche. Und ich glaube, die haben dann so angefangen, gegenseitig ihre Signature-Dishes, also was da, was es da für Sachen gab. Ich habe diesen Zander, da gab es irgendwelche Ceviche mit einer Tigermilch und dann gab es, also da waren ja so richtig krasseste Gerichte und auch das oben hat ja kurz, auch Robert hat ja kurz mal Hallo gesagt und so weiter. Also es war schon und ich habe nichts davon, also ich habe ja diese Outdoor-Küche, es war ja eine Einweihung von diesem wunderbaren Produkt. Und was wirklich, die sieht ja auch abgefahren aus, oder? Du hast den Garten ja davor gesehen, jetzt so in dieser Ecke, wie sie da so steht und die ist modular, man kann die so hin und her bauen und hat so 10.000 Sachen. Wirklich einfach ein mega geiles Produkt und da wollte ich das einweihen. Und nicht nur ich wollte kochen, sondern ich habe halt dann irgendwie gesagt, naja, lass uns das doch gemeinsam machen mit verschiedenen Leuten. Du hast getrunken und die haben gekocht. Genau so ist es. Und ich habe den Wein kalt gestellt. Ja, jetzt verschiedene Kühlschränke, wo man sagt, ganz kalt oder weniger kalt. Genau, du hast dann Grauburgunder mit K mitgebracht, wir hatten Parisling noch und dann haben wir nacheinander verschiedene Wein begleitet. Wir saßen, also ich erinnere, nur so halb, irgendwann saßen wir schon an dem Tisch, oder? Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch noch an ganz viele Sachen. Zum Schluss ist es dann so ein bisschen blurry, als Sally dann ihre Playlist angemacht hat. Übrigens Sally habe ich erst gar nicht erkannt. Sally ist Backwelt. Ich kenne die schon so lange und ich folge ihr und sie war erst mal, sie ist plötzlich da gewesen. Ich weiß nicht, woher sie kam, aus dem Nichts. Die ist erschienen, muss man sagen. Die ist einfach erschienen, ja wirklich. Mit Murat und die sind real. Also da muss man echt sagen, manche Leute liebe ich ab Sekunde eins und die zwei gehörten da auf jeden Fall dazu. Und ey, die kommen irgendwo aus der Nähe, da bin ich früher geskated in Kirlach und in Waaghäusl und da war ein Skatepark. Als ich 14 war, bin ich da immer hin und da, jetzt heißt das nicht mehr Kirlach und Waaghäusl, sondern jetzt ist das das Silicon Valley. Und so wie Eisling demnächst ja auch in Karakawa World umgetauft wird. Auf keinen Fall. Und ich wollte die schon immer mal kennenlernen und da gab es jemanden, der die irgendwo, gab es eine Connection und dann habe ich gesagt, hey, komm doch rum heute Abend. Kann sein, dass es um 16. Du hast die da auch das erste Mal kennengelernt? Total, ich kannte die überhaupt nicht. Achso, ich dachte, du kanntest sie schon davor. Nein, gar nicht. Ich habe dir da zum ersten Mal Hallo gesagt und es war ein bisschen unangenehm, weil die als allererstes gesagt hat, oh Gott, hier sieht es ja aus wie Sau, ich räume jetzt mal auf. Also die hat vier Minuten, nachdem sie Hallo gesagt hat, hat die angefangen zu spülen und Sachen rumzuräumen in dieser Küche, weil es schon echt aussah wie Sau, muss man sagen. Und dann hat sie die Musik übernommen mit der krassesten Playlist, die ich je, also es war wirklich, also es war so. Ja, Backstreet Boys, Barbie Girl und so, geil. Genau, es war so raus. Die Stimmung war da. Es wurde gedanced, es wurde getwirked, es wurde, also der Rasen ist an der Stelle, wo der Dancefloor war, nicht mehr existent. Und das glaube ich. War ein großartiger Abend. Es war großartig. Also danach verschwindet dann auch so ein bisschen so die Erinnerung. Es war dann doch viel gemischt zwischen Parisling und Grauburgunder. Und Negroni. Und ja, das habe ich nicht getrunken. Mir hat der Weiner schon gereicht. Und es gab keine Kürze, Gott sei Dank. Das wäre dann mein Kürze gewesen. Das hat gut geklappt. Mein Untergang. Das war schon, also irgendwann, ich bin eingepennt auf meiner eigenen Party vor zwölf. Es kam die Polizei irgendwann. Aber ich glaube, das Abgefahrenste eigentlich, da darf ich David Osterkorn zitieren, dass da so verschiedene Nachbarn einfach rübergekommen sind, sich ein Glas Bier oder Wein genommen haben und dann mitgetanzt haben. Also es gab ja tatsächlich am Ende so acht bis zehn Leute, die da gar nicht, also die nichts damit zu tun haben. Und das finde ich extrem geil. Also unter anderem auch so ein 70-jähriger Mann, der da einfach so vor sich hin gegroovt hat alleine und gesagt hat, ich kann eh nicht pennen bei der lauten Musik, dann kann ich jetzt hier auch mittanzen sozusagen. Und ich weiß nicht, wie der Britney Spears Toxic fand und Jiggle, Jiggle, Jiggle. Aber Wiggle, Wiggle heißt das. Es war wirklich ein großartiger Abend. Ich habe die Polizei nicht mehr mitgekriegt, aber die kam, keine Ahnung, so um eins und wurde mir nur berichtet am nächsten Tag. Und dann hatte ich das krasseste Feature eigentlich. Und das muss man jetzt auch mal hier dir und allen anderen sagen. Also das Absurdeste war, dass ich aufgewacht bin im Arbeitszimmer meiner Mutter, da ist so eine Couch, da habe ich mich kurz mal abgelegt gegen 23.15 Uhr, nur kurz die Euglein zu. Und da bin ich da am nächsten Morgen um sieben Uhr aufgewacht. Und da muss man schon sagen, da hatte ich eine Erscheinung. Da dachte ich, ich bin, also es muss noch Traum sein, weil ich habe einen Schluck Wasser genommen, bin dann rausgegangen und dann war alles im gesamten Garten komplett so wie vor zwei Tagen. Also da war nicht eine Flasche, alle Stühle waren da, wo sie davor waren, alles war tiptop perfekt aufgeräumt. Und ich habe es nicht verstanden, wie das geht. Franzi und Simon haben tatsächlich danach für sich beschlossen, wir räumen jetzt hier noch zwei Stunden auf, wahrscheinlich hat es eher fünf Stunden gedauert, aber das war unter anderem, muss ich echt sagen, das schönste Geschenk, was ich in den letzten zehn Jahren gekriegt habe, dass man nicht am nächsten Tag aufräumen muss. Also wenn man irgendwem mal was Gutes tun will, dann räumt danach mit auf oder vielleicht auch alleine, in dem Fall war es ja wirklich, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, das war wirklich einfach großartig, dass die da, wie das aussah am nächsten Tag, das war viel, 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 viel wert, ja. Und danach bin ich dann zurückgeflogen. In unserem Zustand, sorry, das hätten wir in unserem Zustand nicht mehr hinbekommen, das aufzuräumen. Aber hey, eine Sache, die kann ich mich noch erinnern, wir machen bei der VOG-WM mit. Wie ist das noch ausgegangen? Ja, das, gefährliches Halbwissen, glaube ich, klappt nicht. Ich kann da leider nicht. Ich habe da leider wirklich sehr intensiv, sehr euphorisch zugesagt dann am Ende. Ja, ich auch, genau. Also wir haben geschworen oder sowas. Also da gibt es verschiedene Beweisvideos, die ich, oh Gott. Mist. Okay, schauen wir mal, wie das ausgeht. Und was ist seitdem passiert in deinem Leben? Also weil seitdem habe ich dich nicht mehr ins Telefon gekriegt. Du warst im Sommerurlaub, du hast einen Nebenjob angefangen. Die Karo Karo World ist eröffnet oder nicht. Im Moment ist es ja so, dass, glaube ich, noch Sommerferien ist in Eislinge, in Baden-Württemberg. The Land, wie es inzwischen heißt. Und dementsprechend du wahrscheinlich ziemlich viel Mom-Duties hast im Moment, würde ich mir mal vorstellen. Zumindest sagst du das immer. Vielleicht sind es auch Entschuldigungen, warum du nicht mit mir telefonieren kannst. Nein, 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 auf keinen Fall. Erzähl mal, was geht bei Karo Kauer? Warst du auf dem Malediven? Warst du auf dem Mond zwischendrin? Was ist passiert? Also die Malediven wären schön gewesen. Aber wir waren in Tirol kurzzeitig, aber auch nur so für drei Tage. Tatsächlich sind gerade Ferien, Kindergartenferien. Die enden jetzt aber nach dem kommenden Wochenende. Und ich habe mich da komplett drauf eingelassen. Ich glaube, das erste Mal, wo ich wirklich so alle Termine verschoben habe oder erst gar nicht angenommen habe und das alles nach den Ferien gelegt habe. Und das macht mich tatsächlich ein bisschen nervös, weil aktuell alles so ein bisschen zuläuft auf, also gerade die ganzen Projekte, die Bauprojekte vor allem. Ja, da sieht man gerade so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Die werden jetzt bald fertig, beziehungsweise jetzt startet der Innenausbau, wo alles irgendwie Schlag auf Schlag geht und irgendwie bin ich so komplett raus. Ich habe das Gefühl, ich verliere die Kontrolle gerade über alles seit den Ferien. Aber ich habe die genossen. Also ich habe das wirklich versucht zu genießen. Wir waren, wie gesagt, in Tirol. Wir haben so Kurztrips gemacht. Wir haben jegliche Hüpfburgenlandschaften besucht. Wildpark? Nee, tatsächlich kein Wildpark. Warum auch immer. Es war mal kurzzeitig im Gespräch, dass wir da hinfahren, aber dann haben wir uns für was anderes entschieden. Wir waren im Schwimmbad. Also wir haben tatsächlich einfach nur das gute Wetter genossen und es war auch wirklich bombastisch. Heute ist der erste Tag, wo es regnet, aber ansonsten die letzten drei Wochen war es wirklich richtig, richtig schön. Wer entscheidet das bei euch? Also wenn ihr morgens da zu dritt sitzt beim Frühstück, wer darf, also wie kommt so eine Entscheidungsfindung? Also ich war jetzt oft mit meinem Vierjährigen im Cube. Das ist so ein Science-Erlebniszentrum, wo er komplett durchflippt, weil man irgendwie sich Autos selbst bauen kann, die man dann auf so einer Rennstrecke testen kann und dann gibt es Raketen, die man starten kann und so super viel Erlebnissachen. Und da gibt es auch einen Supermarkt, wo man sehr grün einkaufen kann. Also das Ziel ist, recycelbare Materialien zu kaufen und das ist dann ein Wettbewerb für die Kinder und so ein Zeug. Der wacht jeden Morgen auf und will mit mir dahin. Also es ist wie täglich grüßt das Murmeltier. Morgen sagt er, heute gehen wir zur Cube. Wie ist das bei euch? Also A, was wollen die eigentlich und wer entscheidet? Oder entscheidest du das? Ist da auch eine Demokratie oder ist das eine Monarchie? Also bei uns ist es definitiv eine Demokratie auch. Auch da, nicht nur im Unternehmen. Ich bespreche das immer. Ich frage dann schon immer, auf was habt ihr Lust? Ist es mehr Schwimmbad? Ist es mehr Spielplatz? Ist es mal gechillt daheim im Garten? Ja, meistens wollen die in Urlaub. Die fragen immer so, weil die natürlich jetzt hier Tirol und Sardinien und das finden die natürlich immer ganz geil. Und dann fragen sie immer, können wir jetzt nicht auch nochmal in Urlaub? Weil das war, also Tirol war tatsächlich sehr spontan. Ich bin heimgekommen und habe gesagt, ey, die nächsten drei Tage habe ich wirklich so gar nichts, gar keine Termine. Lasst uns doch mal wegfahren. Und dann habe ich das innerhalb von 30 Minuten irgendwie gebucht. Wir sind einfach los, haben die Koffer gepackt. Und das fanden die so cool, dass die das, so wie bei dir, täglich grüßt das Murmeltier, war das die ganzen Ferien lang. Können wir in Urlaub? Das ist nicht selbstverständlich, Kinder. Mallorca finde ich noch schön. Soll ich das nur einmal andrehen? Mallorca ist sehr schön. Claro. Fuerteventura wollte ich schon immer mal. Machen. Ne, also ja, also Demokratie ja, bis zu einem gewissen Punkt. Ich entscheide dann aber doch zum Schluss, was wir dann von den Vorschlägen machen. Meistens wollen beide dann doch was anderes machen. Und dann muss ich das dann letztendlich übernehmen. Und ja, und dann meinen Nebenjob hast du angesprochen. Das habe ich die letzten Wochen auch gestartet. Was zur Hölle ist das? Also wie entsteht sowas? Also du kellnerst jetzt. Donnerstagabend kellnerst du. Genau, den ganzen August kellner ich in meinem Stammrestaurant. meinem Lieblingsitaliener. Es war mehr so eine Schnaps-Idee, wie immer. Es war mal bei einem Weinchen. Hatte ich das mal so ein bisschen geäußert, dass ich gesagt habe, ey, aktuell ist es so, also es war noch kurz vor den Ferien, aktuell ist es irgendwie so, dass ich nur in Meetings sitze und absegne. Und irgendwie, ach, das hatte ich auch mit dir damals noch so besprochen, dass ich gesagt habe, irgendwie macht alles so gerade keinen Sinn. Wo geht das hin? Machen wir neue Produkte? Machen wir es nicht? Will das überhaupt noch jemand sehen? Und, und, und. Also ich habe irgendwie angefangen zu zweifeln. Und im gleichen Moment hat die Besitzerin des Restaurants erzählt, dass sie im August ein Fest im Park hat, also vor ihrer Tür sozusagen. Das ist ein großer Park und da kommen eben solche Cover-Rock-Bands und da ist immer richtig viel los und die Terrasse bei denen ist immer ultra voll und die haben kein Personal. Und irgendwie habe ich gesagt, naja, gut, wenn du jemanden brauchst, ey, ne, sag Bescheid. Ich bin auf den Start. Nein, das ist nicht dumm, weißt du. Nein, ich will das auch machen. Also es ist, es ist dumm, aber schlau. Ich würde auch sofort, also da, ich bin, ich kann es total nachvollziehen. Ich habe auch total Bock, jetzt schon da zu kellnern. Ja, voll. Ich bereue es auch keineswegs, weil es irgendwas mit mir macht. Also ich habe jetzt noch zweimal vor mir sozusagen, aber es ist so geil. Aber warte mal, warte mal. Also erstens, du sitzt dann vielleicht in der Weinlaune, so wie ich dann die WOC-WM dazu sage, und sagst, ja klar mache ich das, ich komme zu dem Fest. So. Ja, genau. Und dann, und dann kommt tatsächlich einer der Karo Kauer Superpowers, Power, wie auch immer die, was ist die Mehrzahl von Power, das Plural, äh, die, du bist dann halt da. Du bist ja dann vernässlich da. Also du, wahrscheinlich hast du ja sogar den Tiroler Urlaub danach geplant, also, oder? Ja, also ich bin mir das so. Das habe ich mir gerade ausgedacht, ne? Also du hast wahrscheinlich aber gesagt, ich habe drei Tage frei und dann kellner ich. Oder? Ja, genau. Geil, perfekt, dass ich sowas treffe. Also, weil das ist, das ist wirklich beeindruckend, dass du dann sagst, das habe ich zugesagt. Ja, und dann bin ich da. Kriegst du da, also was hast du gekriegt? Kriegst du dann einen Stundenlohn? Nein, gar nichts, gar nichts. Nein, nein, also das wollte ich auch nicht. Dann habe ich das auch im Büro erzählt und so und die haben mich alle für verrückt erklärt, weil die auch meinen Terminkalender kennen und haben es auch nicht so richtig verstanden. Natürlich nicht, ist gut, super, ja, ist gut. Und ja, und dann habe ich gesagt, ich mache das und dann ging auf einmal, also da gingen alle Alarmglocken los bei unserer Marketingabteilung, die dann meinte so, ey, wir müssen da was draus stricken, vielleicht gibt es da einen Wein und für einen vergünstigten Preis, dann können die den da testen und so. Und dann bin ich kurz darauf angesprungen und dachte so, ja, vielleicht lass uns da irgendwie was überlegen und dann dachte ich so, nee, ich will das gar nicht, ich will das nicht vermarkten, ich will das für mich machen und dann habe ich alles so in die Richtung abgesagt, habe gesagt, nein, wir machen da gar nichts draus. Ich bin vor Ort, den Wein, ja, den gibt es dort, aber den gibt es auch schon vor der Aktion dort und wenn ich den dort verkaufe, ist das cool, aber darum soll es überhaupt nicht gehen. Und genau, und dann habe ich tatsächlich den Tiroler Urlaub verkürzt. Ich bin auch aus Kopenhagen früher zurückgereist. Ich habe ein Event mit 30 Acker absagen müssen dafür, das war in Hamburg. Also ich nehme das schon ernst, wenn ich was zusage und verspreche, dann bin ich am Start und es sind jetzt noch zwei Mal und ich finde das, und es macht halt wirklich Spaß. Ich bin dann den ersten Tag hin, war so ein bisschen lost, also. Und du hast es ja früher mal gemacht, du hast ja mal gekellnert, oder? Ich habe mal gekellnert früher, ich glaube so zwei Jahre ungefähr und auch in der Gastronomie, die fünf Sterne hat. Also ich wusste schon, was ich da tue und so. Es gibt keine Fünf-Sterne-Gastronomie, aber. Achso, es existiert aber. Das Hotel kann fünf Sterne haben. Ja, das Hotel hat fünf Sterne, genau. Und dort gab es eben viele Hochzeiten. Das ist aber so ein Klug schon einfach. Auf einer Burg, ne? Ja, auf einer Burg. Auf einer Burg, genau, richtig. Warst du da schon mal? Ja, es war super. Die waren ganz, ganz nett und wollten uns vor allem noch abends essen. Das ist ein toller Service. Wo man so sagt, nee, heute gibt es nichts mehr. Es ist 20.23 Uhr, heute gibt es nichts mehr zu essen. Oh, Entschuldigung. Ja, so war das leider. Dass ihre Öffnungszeiten im Internet bis 22 Uhr angegeben. Dass ich aber nur für die Tür beziehe. Die Küche hat schon längst zu. Also jedenfalls, ich habe ein bisschen Erfahrung mitgebracht. Ja, also ich weiß, wie man drei Teller trägt. Ich weiß, wie man ein Tablett mit Gläsern drauf trägt und, und, und. Auf jeden Fall bin ich dorthin. Ich war trotzdem lost. Und ich glaube und vermute und weiß eigentlich ganz sicher, dass das Team von dem Restaurant mir nicht so viel zugetraut hat. Also die wollten mich erst hinter die Bar stellen. Und ich so, ey Leute, wenn ich doch da bin, so, ich will nicht hinter die Bar. Es findet ja alles draußen statt. Und ich will schon kellnern und nicht hinter der Bar die Getränke machen. Und die sind, ja, okay, wenn du meinst und so. Und danach war natürlich schon dieser Aha-Moment da so, hey krass, also du kannst ja wirklich drei Teller tragen und du kannst ja, also du fällst ja auch nicht hin mit den Gläsern, wenn du da jetzt gerade irgendwie, also du kannst ja auch Bestellungen merken und, und, und. Wobei das für mich voll die Herausforderung war, mir wieder die Sachen zu merken, dann den Tisch zu merken, weil das waren tatsächlich, also es gibt keine Tischnummern. Man muss sich das einfach nur merken die ganze Zeit. Und das war voll, also allein das schon war mega geil. Wie viele Tische sind da? Also draußen sind es 30. Boah. Und du gehst dann hin und dann glaubst du, der hinten links, da hatte der Mann Schupfnudeln. Genau, genau. Es ist ein Italiener. Ja, nee, es ist ein Spaghetti, Agui, Agui, Agui. Genau, genau, richtig. Und dann muss ich mir merken, welcher Tisch das war. Und meistens, ich zähle dann doch nochmal durch, weil ich es dann nicht mehr check. Und dann stehe ich halt kurz da, mein Gott, nimm mir ganz kurz die Zeit und zähle es schnell nochmal durch, welcher Tisch das dann ist. Und, ähm, genau. Und, äh, ja, es hat ultra viel Spaß gemacht. Also ich war sehr schnell drin. Und, ähm, ich glaube so, was ich, glaube, ganz gut kann mit Menschen. Und ich habe dann auch so ein bisschen rumgeshakert. Und, ähm, wenn mal jemand nicht so richtig happy war, also am ersten Tag ging alles drunter und drüber durch dieses Fest im Park. Da kamen die Leute, wollten Pizza to go, wollten Getränke to go. Und, ähm, dann wollten wir auch noch die Leute im Restaurant bedienen. Und, und, und. Also es war einfach nur viel, viel Chaos. Und es gab zwei, die haben so ein bisschen rumgestänkert. Und, äh, einer hat noch auf sein Getränk gewartet. Das war auch nicht so cool, ähm, weil das Essen schon da war und sein Getränk noch nicht. Und, ähm, dann hat er es irgendwie mir zweimal gesagt. Da habe ich gesagt, ja, ja, ist schon auf jeden Fall auf dem Weg und, und, und. Und es kam nicht. Und dann habe ich gesagt, also, wisst ihr was? Aber in meiner, in alter, schwäbischer Manier. Also, wisst ihr was? Also, das zapfe ich jetzt selber, gell? Also, da, also, das kann ja wohl jetzt sein. Das zapfe ich jetzt schon selber. Dann bin ich halt hin und habe halt kürzt das Bier gezapft, ja. Und habe ihm das gebracht. Und es war der glücklichste Mensch ever. Dann habe ich dem Kind noch eine, ähm, das nächste Getränk aufs Haus spendiert. Ohne zu fragen natürlich, ob ich das überhaupt darf. Ich, nee, das gehört sich jetzt einfach so. Und, ähm, ja, ich finde das mega cool. Vor allem, weil ich einfach, ich bleibe da, also, teilweise unerkannt. Teilweise kommen natürlich Leute, die mich kennen und die das so, die Aktion mitbekommen haben. Aber auch gestern zum Beispiel, da war ich auch da. Und, äh, da fragt mich die eine, und, wie lange sind Sie schon da? Ich so, ach, gar nicht so lang. Erst seit einem Monat und so. Und, ähm, also, es ist einfach, einfach mega cool, äh, da so irgendwie undercover unterwegs zu sein. Und, ähm, ja, also, ich könnte mir sogar auch vorstellen, noch in andere Jobs irgendwie zu schnuppern, weil mir das so Spaß macht. Und, ähm, ja, mega. Also, ich bin da voll drin. Also, wenn ich, ja. Ich grinse seit zehn Minuten, während ich dir hier zuhöre. Das ist voll geil. Und, also, auch voll geil, dass du es durchziehst und dass du es machst. Und auch nicht so viel, ich sehe ja schon, dass du auch gar nicht so viel darüber postest. Also, du sagst jetzt nicht, hey, kommt rum. Heute bin ich wieder, äh, für Fotos an Tisch 17 oder was auch immer. Sondern du versuchst es ja auch ein bisschen undercover zu halten, was voll geil ist. Ähm, die, ich, und das Zweite, also, das, was du am Ende gesagt hast, der letzte Satz, das ist genau das, das triggert bei mir total. Also, ich würde sofort zehn solcher Jobs machen wollen, wo man einen Tag lang andere Sachen auch, äh, erlebt und lernt. Weil ich glaube, dass das schon sehr viel mit einem macht im Kopf, dass man mal irgendwo, und, also, ich rede seit Jahren darüber, dass man hospitiert. Und es gibt schon immer mal wieder Leute, die so hier auch sagen, so, hey, kann ich dir mal, ähm, eine Woche hospitieren? Ich komme auf eigene Kosten nach Newport und, ähm, ich will einfach nur mal, ehrlicherweise mache ich das vor allem, wenn es Ärzte sind oder wenn es Piloten sind oder also, wenn es ernst zu nehmen und wenn es jetzt nicht 19-jährige Leute, die vielleicht Fotograf werden wollen, weil, ähm, die können damit nicht so viel anfangen, sondern eher, wenn es Leute sind, die schon im Beruf stehen und sagen, ich will mal eine andere Seite, ich will mal sehen, wie du so arbeitest. Da bin ich total offen und die sind auch immer sehr, sehr dankbar. Ich mache es aber nicht aktiv mit anderen Leuten. Also, weißt du so, ich mache es ein bisschen bei euch. Da kam ich auch mal nach Eisling und bin da rumgehangen und das fand ich schon faszinierend, das so mitzukriegen. Man sollte es aber viel, viel mehr machen und man sollte zu Sally gehen, man sollte zu Pure Lay gehen, zu Snogs gehen, zu, also die sind ja alle in unserer Surrounding und sollte da eigentlich ein, zwei Tage, und das habe ich auch, also ich erwische mich jetzt gerade, während ich mit dir rede, dass ich vor drei Wochen mir überlegt habe, ich sollte Johannes von Snogs mal anrufen, ob ich die Black Friday Week, das ist bei denen die verkaufsstarkste Woche, eigentlich müsste ich da die Woche ein Praktikum machen bei denen, um einfach mal den Kopf wieder auf andere Themen auch zu lenken, als immer nur das eine, was ich hier mache. Und wenn ich dir hier so zuhöre, dann redest du ja schon. Also es ist voll geil, dass du das gemacht hast. Ja, total, ich habe auch schon ein Jobangebot, das nächste, hast du es mitbekommen? Von RTL exklusiv als Reporterin. Mach das nicht. Also wenn ProSieben was mit dir machen würde, das ist tatsächlich ein cooler und neuer und modisch. Ja, hast recht, hast recht, ja. Aber auf jeden Fall trudel die Jobangebote rein und ich bin mal im Überlegen, was ich so als nächstes treibe. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe dich mal vor einem halben Jahr, glaube ich, privat gefragt, so was, was sind denn nächste Steps, wovon träumst du? Was ist so wirklich, was ist der große Karo-Kauer-Traum? Und hast du relativ straight und klar gesagt, hey, wenn ich es mal auf eine Fashion Week schaffen würde, und zwar als Mutter auch, also in dem Style, in dem ich so unterwegs bin, als Mom auf eine Fashion Week. Und jetzt habe ich zumindest auf Instagram mitgekriegt, dass du in Kopenhagen warst. Ich kann nicht beurteilen, ich bin ja nicht in der Fashion, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, muss ich sagen, weil… Warum? Also, die liebe Karo Dauer, die ja lustigerweise, komischerweise, also da gibt es, also in der Freundschaft mit Karo Dauer gibt es tatsächlich eine schwere Position und das ist die Fashion Week Karo, mit zehn natürlich. Also die Fashion Week Karo Dauer, mit der habe ich als Paul Probleme befreundet zu sein. Mit der anderen, also die anderen 52 Wochen, die sind total super, da ist die eine sehr, sehr, sehr aufmerksame, liebevolle, coole Person, aber die zwei Wochen, da hatte ich so meine Probleme. Und da hatte ich schon ein bisschen Angst, hoffentlich kommt jetzt nicht eine Fashion Week Karo Kauer um die Ecke. Aber gleichzeitig hast du deine Familie mitgenommen. Das fand ich auch einen extrem geilen Move, dass du da nicht allein hin bist, sondern die Kids und deine Eltern mitgenommen hast und irgendwie ja auch, also zumindest in meiner Wahrnehmung wart ihr ja auch mal dann im Museum oder auf dem Spielplatz oder in Kopenhagen unterwegs. Wie war das für dich? Also, ich habe meine Kids mitgenommen, meine Eltern mitgenommen und das hatte auch den Grund, dass ich gesagt habe, ah, es sind Ferien. Ich hätte es, also eigentlich war ich kurz davor, Kopenhagen abzusagen, weil ich gesagt habe, nee, ich wollte straight bleiben, ich wollte eben geschäftlich in den drei Wochen nicht viel machen. Und dann dachte ich genau an diese Worte, die ich zu dir mal gesagt habe, ey, das ist eigentlich mein Traum. Und eigentlich verbaue ich mir das jetzt gerade. Das ist vielleicht, vielleicht öffnet es Türen, vielleicht auch nicht, aber es nicht zu versuchen, wäre irgendwie auch falsch. Und dann habe ich angefangen zu überlegen. Das heißt, du musst dich schon überwinden da in dem Moment. Also es war jetzt so einen kleinen Schubser musstest du dir geben. Okay. Genau, ich habe kurz überlegt und, oder sogar, ja, über das ganze Wochenende überlegt. Und dann dachte ich, boah, ey, vielleicht wäre ja die Lösung, weil ich habe tatsächlich eine Cousine in Kopenhagen. Die wohnt da, die ist ausgewandert. Und dann habe ich meine Mama gefragt. Ich so, du sag mal, Mama, willst du die nicht besuchen gehen? Ein trojanisches Pferd, du hast dir das untergejubelt, du hast gesagt. Und ich so, ja, mega gute Idee. Und sie so, wann? Ich so, ey, morgen. Also, morgen wäre der Flug, weil ich dann schon dachte, also wenn ich schon mit Kindern reise, dann reise ich einen Tag vorher an, bevor die Fashion Week losgeht. Also dann sonntags sozusagen, montags ging die Fashion Week los. Und dann bleiben wir, Donnerstag muss der Rückflug sein, weil Donnerstagabend muss ich ja dann wieder im Restaurant am Start sein. Und dann war es aber tatsächlich so, dass keine Flüge mehr verfügbar waren für Sonntag. Und wir das dann auf Sonntag geschoben haben, Montagfrüh. Montagfrüh sind wir geflogen. Wir haben das dann alles unter Dach und Fach gebracht. Es war gar nicht so einfach mit den Flügen, aber war dann cool. Meine Kinder natürlich, die waren Feuer und Flamme, weil Urlaub. Und wir haben aber trotzdem viel Zeit verbracht. Also ich hatte ein paar Showbuchungen. Ich habe auch einige abgesagt, damit ich die Zeit mit den Kids zwischendrin verbringen kann. Und dann sind wir auch raus und haben uns die Stadt angeschaut. Was ist eine Showbuchung? Entschuldigung, ich muss ja mal unterbrechen. Habe ich noch nie gehört. Also da bin ich halt für eine Show gebucht sozusagen. Also dann fragt mich zum Beispiel ein Baum im Pferdgarten an, dass ich zur Show komme. Und dann ist das eine Buchung, dann ist das eine feste Buchung. Weil ich weiß, ehrlich gesagt, also da komme ich gleich dazu. Es war für mich natürlich schon alles ganz neu. Und ich habe es auch alles, ich habe es gar nicht gecheckt am Anfang. So, was muss ich jetzt eigentlich tun? Und was passiert hier eigentlich gerade? Und also gefühlt, und ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, was ich dir sage, aber gefühlt konnte jeder rein. Nein, unabhängig, ob Showbuchung oder nicht. Du gehst vorne hin, da stehen zwei Mädels, zwei Frauen, die dann sagen, okay, wie ist dein Name? Und dann sagst du den Namen. Und ich stand eigentlich gefühlt nie drauf. Und ich glaube, das waren halt immer, das waren halt, glaube ich, immer die First-Row-Plätze. Und wenn du da drauf standest, dann haben die dich quasi zum Platz begleitet. Und das war halt bei mir nicht so. Auf jeden Fall ist es auch nicht schlimm. Es war trotzdem gut. Aber die erste Show, in Anführungszeichen, die stand bei mir im Kalender drin. Also es hat mein Management damals alles, damals war vor ein paar Wochen alles eingetragen. Und dann stand da drin ein Kinofilm über Fashion. Und ich, hä? Und da waren irgendwie zwei Stunden geblockt. Und dann dachte ich, okay, crazy. Habe mich dann angezogen und bin ich dorthin. Das war in so einem kleinen Industriegebiet in Kopenhagen. Und es wurde immer, ey, es wurde immer cringe, als ich dorthin bin. Ich dachte so, ey, das kann hier nicht sein. Da waren so kleine Holzhäuschen, die waren so richtig runtergekommen. Und dann war da aber so eine Meute davor, so eine Menschenmeute. Und dann dachte ich, hä, ist das jetzt die Fashion Week? So wirklich so Schotterweg. Und noch so alte, ja, so ein halber Teichtümpel daneben. Es hat irgendwie auch unangenehm gerochen. Und ich so, wo ist der rote Teppich? Das habe ich mir nicht vorgestellt. Und ich hatte immer diese Aussagen im Kopf, so, ey, nee, also Fashion Weeks, nee, das stellt man sich immer ganz anders vor und so. Und viele sind danach enttäuscht und ich in dem Moment, oh mein Gott, ich bin jetzt schon bei der ersten Show in Anführungszeichen enttäuscht. Und da bin ich hin und es war tatsächlich auch der Ort, wo ich hin musste. Es waren drei Holzhäuser, ein Holzhaus, da war die Mode drin, die auch, weiß nicht, das sah aus wie so eine Bettdecke, die man sich überwerfen kann. Das sind so, also keine Ahnung. Ich weiß es nicht. High Fashion, ja. Und also ich kann ja schon mit High Fashion immer mal wieder was anfangen, aber das war irgendwie drüber. Jedenfalls im nächsten Holzhäuschen war der Kinofilm. Der ging, halte dich fest, zwei Minuten und es durften nur fünf Leute rein und da war es halt richtig stickig und so. Und ich dachte, oh, also ich bin wirklich nicht empfindlich und so, aber das hat alles so nach Alkohol auch gerochen überall. Und dann haben wir uns einen Film angeschaut und dann sind wir raus und ich wusste nicht, wohin mit mir. Dann sind wir in dieses dritte Holzhäuschen und das war eine Küche. Da lagen leere Dosen einfach überall rum, überall wirklich in den Regalen. Ich wusste nicht, ob das zur Inszenierung dazugehört oder ob das halt jemand nicht weggeräumt hat. Ich dachte, soll ich vielleicht auch anfangen, wie Sally, das wegzuräumen? Soll ich euch helfen? Ich habe gerade Zeit, weil eigentlich waren ja zwei Stunden gebucht. Der Film war nur zwei Minuten. Nur zwei Minuten. Keine Ahnung. Soll ich, also wirklich kein Problem. Ich packe mit an, aber ey, ja, keine Ahnung. Weißt du, das Ende vom Lied war dann, ich war so verstreut oder zerstreut, dass wir dann einfach gegangen sind zum nächsten, das war wie so eine Bar. Diese Bar, diese Bar hieß Kiosk, die war mindestens im gleichen Style wie dieses dritte Holzhäuschen. Und du, da haben wir einfach, da war ich mit Jenny unterwegs und da haben wir uns einfach hingesetzt und haben eine Prosecco-Schale erstmal getrunken auf den Schock und haben uns dann wirklich ernsthaft überlegt, sollen wir jetzt kurz ein Management anrufen und fragen, ob wir, also was machen, also ist das jetzt, ist jede Show so? Weil das Ding war ja auch, ich war ja komplett overdressed, ne? Mit meinen Hohenschuhen und diesem Glitzerrock. Glitzerrock, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die nächste Show, die war dann zwei Stunden später, wir haben uns die Zeit so ein bisschen vertrieben und da muss ich sagen, die war mega geil, die war auch auf dem Feld, also auch da hätte ich mit Hohenschuhen recht schlecht ausgesehen, aber die war richtig schön, da war ein Gerüst aufgebaut, wie in so einer Art Stadionform, in so einem Halbkreis. Oben war ein Chor, der hat angefangen zu singen und so und dann ging es los mit der Fashion-Show an sich und das war schon krass, weil im Hintergrund die Sonne unterging und dann kam das Lied von Ed Sheeran, I see fire und das hat alles richtig bombenmäßig dazu gepasst. Ich hatte wirklich Gänsehaut und dann dachte ich so, ja, okay, das ist ganz geil. Und so ging es dann auch weiter, also die ganzen Fashion-Shows, die danach kamen, also die Tage danach, die haben mich wirklich zutiefst inspiriert, mehr in Richtung eigenem Label, mehr in Richtung dessen, dass ich sage, hey, vielleicht, noch nicht jetzt, noch nicht in zwei Jahren, aber irgendwann will ich auch so eine Fashion-Show haben und das ist tatsächlich jetzt mein nächstes Ziel nach der Fashion-Show, aber das dauert noch, weil wir schaffen es ja jetzt manchmal nicht, pünktlich Sachen zu droppen und ich weiß gar nicht, wie wir irgendwie zwei Jahre im Voraus irgendwas planen können oder ein Jahr im Voraus. Daher, also hat mich sehr inspiriert, die Sachen haben mich inspiriert, auch für unsere eigenen Kollektionen, da waren viele Sachen dabei, die ich ganz geil finde und es auch jetzt umsetze für ein paar Kollektionen und ja, also es war sehr, sehr schön und ich bin nicht verstört nach Hause gefahren, Gott sei Dank. Das ist doch ganz schön und gelb kommt, habe ich gesehen, ihr macht jetzt gelbe Klamotten wahrscheinlich. Ja, ja, gelb ist bei uns, gelb hatten wir schon, aber gelb ist ganz, ganz, ganz großes Thema und die großen Taschen und so und ja, also ich bin gespannt, ja, was da noch so alles kommt. Aber es ist doch mega, das mal… Ja, ich bin auch direkt für die Paris Fashion-Show eingeladen worden und ich habe mich riesig gefreut, also für zwei Shows schon und das ist jetzt, oh, sorry, das ist jetzt, ja, auch bald soweit, ich glaube, Ende September, wenn ich mich nicht täusche. Also, damit du die Begriffe einmal sauber kriegst, ich bin ja hier schon auch ein Korrektiv, das ist die Paris Fashion Week, zu der du eingeladen bist, auf zwei Shows. Du siehst, ich bin auch noch kein Pro. Ja, ich weiß, das ist ja auch, das finde ich auch total geil und ich habe sehr geschmunzelt gerade bei der, es ist total geil. Und wie peinlich ist es dabei, also mich schüttelt es, wenn ich daran denke, wie man da ankommt und dann gibt es ja, glaube ich, also gibt es dann da Fotografen, ist das irgendwie organisiert oder, also die drei Mal in meinem Leben, wo ich auf dem roten Teppich ich war, auf überhaupt irgendeinem roten Teppich, das war zutiefst unangenehm, muss ich sagen, weil, also bei mir wusste niemand je, wer ich so bin. Und, ähm. Ja, dreimal darfst du raten, was bei mir passiert ist. Ich bin immer durchgebunken worden, so. Geh mal zur Seite kurz. So schlimm war es nicht, ich weiß auch gar nicht, wie, also es ist schon so, dass immer Fotografen vor der Show stehen, die machen mit ganz viel Glück Fotos oder halt auch nicht. Und, äh, ja, und mit ganz viel Glück landet das auch irgendwo. Also ich hatte ein, ich glaube, ein Bild wurde mal von mir gepostet, direkt bei der Kopenhagen Fashion Week auf der Seite. Ähm, und, ja, ich bin da, glaube ich, auch noch nicht so, äh, aggressiv, nenne ich es mal. Also ich bin dann eher so, ha, unangenehm, ha, die wollen bestimmt kein Foto, ich schleiche mich irgendwie vorbei, so, ne. Irgendwie ist, äh, ist das jetzt noch nicht so krass meine Welt, also da jetzt, äh, mich da vorne hinzustellen und zu sagen, hallo, hier bin ich, ähm, aber vielleicht kommt das ja noch oder vielleicht auch nicht, mal sehen. Ich glaube, man muss schon aktiv da reingehen und einfach sagen, hallo, ich bin Karo Kauer und das ist mein Instagram-Account, ciao. Genau, also weißt du, so, dass man, da darf man sich nicht zu, zu schade sein dafür, weil so die Voraussetzung, dass man, also ich bin mir da zu schade zu, weil ich denke, ja, warum soll ich da rüber gehen, wenn ich Leute, also ich würde einfach gar nicht über einen roten Teppich gehen, aber irgendwann muss man das ja mal tun, glaube ich. Ja, da gab es auch keinen roten Teppich, Paul, es gab einfach keinen. Gibt es einen roten Teppich am Dienstag? Ich komme jetzt, also, ähm. Ja, ich rolle den für dich aus. Ich steige jetzt ins, ich habe einen Koffer gepackt, in diesem, und also es geht mir wirklich, ich, also, ich, ich finde es fast schon ein bisschen schade, das gibt ja jetzt irgendwie ein Logo für unseren, also, es ist nach wie vor so, ich habe ja keine Ahnung, was du designt hast für mich und du hast bisher, und wir, also wir ziehen es ja auch durch, jetzt hat dein Team irgendwann gesagt, könnt ihr uns schon mal die Samples schicken, damit wir das fitten können an den Models, habe ich gesagt, gar nichts gibt's, auch das Team, also auf gar keinen Fall hängt irgendwas in Eislingen, bevor ich mit meinem Koffer ankomme, in dem sind die goldenen Samples. Wir haben auch schon welche in Heidelberg und so, aber, und meine Ware ist auch fertig übrigens, ich weiß nicht, wie es mit deiner Ware, also bist du, ist, 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 ja? Also, hallo, ja, das ist in ein paar Tagen. Okay, und das ist, also, de facto ist ja eh relativ limitiert, also so, ich glaube, das, also, viel gibt's nicht davon. Und, also, ich finde, ich kann für mich sagen, ich würde das, was ich für dich gemacht habe, würde ich anziehen. Also, werde ich anziehen. Ja, same, same. Das ist bei dir auch so. Ja. Du darfst mir jetzt nichts entlocken. Ich versuch's, aber ich glaube schon, dass, also, ich fand fast schon, also, was ich schon richtig geil fand, ist, also, falls hier irgendjemand zuhört und das nicht richtig versteht, wir haben beschlossen, dass wir eine Überraschungskollektion machen. Ich mache vier Teile für Caro und Caro macht vier Teile für mich oder für Paris und für Caro-Kauer-Label und die zeigen wir uns am Dienstagabend, da kommt dieser Podcast raus, den 23. August, da stehe ich um 20.59 Uhr in Eislingen auf der Matte mit meinem Koffer und dann zeigt, wer zeigt wem was zuerst, da werfen wir eine Münze. Als allererstes werfen wir eine Münze. Oh ja, genau. Du mir oder ich dir als allererstes das zeige und dann sehen wir jeweils wirklich zum allerersten Mal und das ist mir sau wichtig, dass das wirklich echt ist und ich merke, je näher das kommt, desto mehr Schiss habe ich, dass es auch richtig scheiße findet. Ey, so geht's mir auch. Weil ich wirklich so denke, oh fuck, ey, wenn das jetzt, wenn das, wenn das so ein, ah, was mache ich denn da? Und, ähm, und es ist total leicht gesagt, fünf Wochen davor zu sagen, so, ja, ja, das wirst du ja schon geil finden. Und, äh, gleichzeitig ist es aber auch so, ha, ha, weiß ich nicht. Und, ähm, aber... Ey, weißt du, was ich bereue? Weißt du, was ich bereue? Dass ich kein blaues Strickleid für dich gemacht habe. Also, das wird's schon mal nicht, aber das wäre geil gewesen. Ey, wie schade, also... Das wäre super schade. Ja, das wäre so gut. Das wäre super schade, ne? Ne, aber ich weiß, was du meinst. So geht's mir auch. Also, ich bin auch schon so, also, ich persönlich finde die Sachen gut, sehr gut. Ich finde die geil, ich will gar nicht so übertreiben, weil dann die Erwartungshaltung so hoch ist. Ja, so geht's mir auch, ja? Ja, ähm, aber ich trage die auf jeden Fall danach. Also, wenn du sie nicht trägst, ich trage meine. Und was passiert denn da? Wir machen, also, ich zeig dir oder du zeigst mir oder was auch immer. Wir machen nacheinander, zeigen wir quasi, äh, uns die Klamotten. Dann fangen wir direkt zu... Es gibt einen Livestream, ne? Um 21 Uhr wird das live übertragen. Wir posten das auf Insta, wo und wie und was. Aber es wird einen Livestream geben. Das heißt, du hast, äh, es ist bei dir in der neuen Bund-Weberei, in der Karo-Kauer-World. Ist die erste Veranstaltung dann da, ne? Ever. Ja, ja. Weil die wird erst danach eröffnet. Wann wird die veröffnet? Im September, ne? Am 17. und 18. September ist das große Eröffnungswochenende, genau. Oh Gott. Kann man da einfach so hingehen oder kostet das Eintritt? Ja. Oder gibt's da Tickets? Ja, ja, da kann man, da kann man einfach so hingehen. Und ich hatte auch letztens eine Umfrage gestartet, wer kommt und so. Und also auf Ja geklickt haben 2000 Menschen. Und ich… Dann hast du ein Problem. Wenn echt 2000 Leute kommen? So, also tausend davon, also die Hälfte davon, jetzt kommt meine Rechnung, pass auf. Die Hälfte davon, die hat einfach nur draufgeklickt, weil sensationsgeil. Und tausend bringen vielleicht eine Begleitperson mit und dann sind wir bei 2000. Und das müsste eigentlich funktionieren, weil die Bund-Weberei an sich, das Areal ist groß. Wir bespielen auch die Parkplätze vorne und Co. Also da gibt's einen Street-Food-Markt. Das, wir haben ein großes Rahmenprogramm und das sollte schon passen. Und wir versuchen das auch alles zu machen. Wenn da 20.000 kommen. Die kommen nicht. Was machst du denn, wenn da 20.000 kommen? Die kommen nicht, Paul. Das ist keine Antwort. Das ist dir klar, dass das ist. Du musst zumindest eine Sekunde drüber nachdenken, was passiert, wenn es der schönste Tag, das ein goldenes September-Wochenende. Ja. Alle Leute sagen sich, das eine Ding, was ich schon immer mal machen wollte, ist nach Eislingen-Ens zu fahren und dort mir die Bund-Weber, die Karo-Kauer-Wert anzuschauen. Du meinst Eislingen an der Filz, ja. Filz, fast. Enns, Filz, alles ist gleich. Und die, und dann, und das muss ich schon auch sagen, das ist ja ein genialer Familienausflug. Also das ist ja nicht nur mit allem, da kann man ja auch noch Onkel und Tante mitbringen, weil es kostet ja keinen Eintritt. Da gibt's mega geile Sachen, habe ich gehört, auf den Straßen. Dass man da vielleicht auch mit einem Geschenk nach Hause geht und deswegen, also ich würde da hundertprozentig hingehen und ich würde auch nicht allein hingehen, sondern ich würde schon 20 Leute hinkommen. Ich kann leider nicht. Aber ich komme danach. Ich komme am Montag danach. Boah, darf ich dann mal, da gibt's doch einen Kaffee oder nicht? Da gibt's einen Kaffee und einen Store, ja. Und der hat dann ab da offen. Richtig. Geil. Dann plan mich für Montag ab 12 Uhr, weil ich bin in Europa. Wo willst du arbeiten? Es ist mir scheißegal, wo du Hilfe brauchst, bin ich am Start. Und ob ich, also ich kann auch gern grillen, ne, ich mach auch Service. Es ist mir total, ich wisch auch, ich spül auch. Oder ich mach Lager, wenn irgendwie jemand Bedarf hat an Lager, bin ich Montag, Dienstag, weil dann ist Oktoberfest, hast du ja hoffentlich schon eingetragen, 21.9. Auf jeden Fall, ich bin am Start, ja. Das AWFNR Paulaner Oktoberfest und die, davor komme ich dann nach Eislingen. Okay, das ist geil. Das ist schon mal safe. Aber zurück zu dem Areal, wenn, also die erste Veranstaltung, die es da jetzt gibt, ist das denn ein Livestream, der so mit dem Handy gefilmt wird oder ist das so wie eure Modenschau ein bisschen? Also machen das diese verrückten super Kameraleute oder ist das ein richtiger Livestream? Ja, also das machen auf jeden Fall die verrückten Technikleute auf unserem Ort, die unsere Live-Modenschau auch schon mitgefilmt haben. Das sah geil aus. Ja, die haben das wirklich richtig geil gemacht und unser Team ist da jetzt gerade auch auf Hochtouren dran, dass die technische Umsetzung passt. Du hast ja noch mega geilen Input gegeben. Ich hoffe, dass wir das so umgesetzt bekommen, weil dann wird es richtig, richtig nice. Aber ich will gar nicht so viel verraten. Also eine Stunde Livestream oder was auch immer? Genau und wir machen auch die Fotos an dem Tag, das weißt du. Was für Fotos? Die Shop-Fotos meinst du? Die Shop-Fotos, ja. Das heißt, ich mache meine Shop-Fotos an dir von meinen Klamotten und du machst deine Shop-Fotos an mir mit deinen Klamotten oder machen wir es andersrum? Richtig, doch, genau so. Ich könnte auch meine Klamotten an dir fotografieren für meinen Shop. Und du könntest deine Klamotten an mir fotografieren für deinen Shop. Ganz schön kompliziert, ne? Ich so, ja, machen wir. Egal wie, egal wie, wir machen es. Das entscheiden wir einfach spontan, wie es reinläuft. Und weil vielleicht willst du auch in gar nichts reinschlüpfen. Oh, wenn ich da einfach weggehe im Livestream. Überleg mal richtig sauer, so richtig sauer. Ich bin sauer. Nicht sauer, sondern enttäuscht. Ich bin nicht enttäuscht, sondern ich bin sauer. Andersrum. Und ich, okay, aber dann gehe ich quasi, dann laden wir die Bilder hoch. Also wir machen dann vor, ach, das ist technisch. Und dann wird es gedroppt. Also so, keine Ahnung, 21.45 Uhr oder was auch immer. Am Dienstagabend gibt es, also keine Ahnung, es gibt 300 Hoodies oder sowas, ne? Von deinen, in Summe. Also die sind echt super limitiert. Stark limitiert. Also wie die American Express. Ich habe nicht viele gemacht, du ja auch, von mir insofern. Aber ich kriege einen, oder? Und du kriegst auch einen von meinen. Was für eine Samplegröße hast du bei mir? Was hättest du denn gern von Paris? Na, was hast du denn gemacht? Gibt es Shirts? Gibt es Hoodies? Gibt es Hosen? Gibt es ein Kleid? Gibt es ein blaues Strickkleid vielleicht? Nein, also ich brauche... Das ist eine Unisex-Kollektion. Ja, ich weiß. Ja, ein blaues Strickkleid kannst du auch tragen, bin ich mir sicher. Also ich brauche in Oberteilen auf jeden Fall immer die größte Größe. Schön, wo was heißt. Die verfügbar ist. Genau. Ich glaube 3XL oder 4XL ist die größte Größe. Wow, okay, dann vielleicht nicht. Dann vielleicht doch XL. Das reicht. Du, bei dir ist ja der Schnitt auch immer recht Obersize. Also XL passt. Oder XXL kam. XXL, Oberteile. Ich trage XL. Okay, sehr gut. Hast du abgenommen, Paul? Wie läuft dein Sportprogramm? Wir haben gar nicht über dich gesprochen, obwohl dein Redeanteil sehr hoch war. Du hast gar nicht so viel über dich erzählt. Wie läuft's? Wann fliegst du los am Montag? Den können wir messen. Ich habe am Anfang viel geredet und dann habe ich sehr selig dir zugehört, was sehr interessant war, was du heute erzählt hast. Wirklich. Alles total cool. Mein Gehirn fragt sich die ganze Zeit, dass es ja eigentlich nicht fair ist, den anderen Weinen gegenüber, wenn du da Donnerstagabend stehst und dann fragt jemand so, sagen Sie mal, ich hätte gerne ein Glas Weißwein. Was Erfrischendes, was Leichtes. Heute ist so ein Sommertag. Haben Sie da eine Idee? Und dann sagst du da Trauburgunder. Trauburgunder. Wie aus der Pistole geschossen. Ja, wenn jemand einen süffigen Rotwein will, dann sagst du ja auch Trauburgunder wahrscheinlich. Wenn jemand ein Bier bestellt, sagt er, fass gerade ganz schlecht, ich würde einen Trauburgunder trinken. Also da bist du doch voreingenommen, oder nicht? Das ist doch nicht neutral. Das ist doch nicht fair. Die armen anderen Anbieter, die dort, oh ich bringe ein paar Riesling mit fürs Kaffee. Also du musst mir erstmal sagen, wo ich arbeite und dann werde ich da schön zurückschlagen und werde auch ein paar Spezialprodukte dann dort. Und montags ist da auch nicht, also ihr habt da wirklich richtig voll offen dort. Also da gibt es einen Kaffee und gibt es jeden Tag, hat dort einen Kaffee und einen Shop offen sozusagen. Genau, bis sonntags. Oder ist da auch ein Restaurant. Sonntags ist zu. Sonntags ist zu. Restaurant, da suchen wir tatsächlich noch jemand. Oder was heißt wir, der Besitzer vom Areal sucht noch einen Pächter. Aber ich suche so ein bisschen mit und unterstütze das, weil das natürlich schon ganz cool wäre, wenn das jemand wäre, mit dem man sich dann direkt versteht, weil das sich ja schon alles so ein bisschen gegenseitig befruchtet. Und ja, also mal gucken, vielleicht, so ein Italiener wäre ganz cool. Ich glaube, das wäre ganz passend, weil gegenüber von uns ist ein Betrieb, die machen Elektrotechnik. Und die allein sind schon, ich glaube, mit 160 Mitarbeitern am Start. Und dann wäre es ganz cool, wenn wir was Deftiges zum Essen hätten, wenn es auch eine deutsche Küche ist oder italienisch. Und bei uns ist ja mehr so Frühstück. Dann Afterwork gibt es ein bisschen, so ein bisschen was zum Prosecco oder eben zum Bierchen dazu. Also es wird auf jeden Fall richtig gut. Bei euch heißt es im Café. Ich verstehe gar nicht, was da passiert. Also es gibt einen Laden, einen Café, das betreibst du. Und dann gibt es auch noch dein Büro, das ist oben drüber und dein Lager, das ist hinten dran. Genau, also ja, richtig. Genau so, Büro oben drüber, das wird nicht fertig und Lager hinten dran wird auch nicht fertig. Also pünktlich zum Eröffnungswochenende. Das schiebt sich jetzt eher so gegen Oktober, November raus, aber ist jetzt auch halb so wild. Aber ja, wichtig ist jetzt auf jeden Fall, dass das Café eröffnet im Store und wir haben halt so null Erfahrung damit, was jetzt eigentlich in Eisling passiert. Und man muss ja auch dazu sagen, wir sind halt nicht in der Stadtmitte, sondern das ist halt einfach ein Industriegebiet. Wir haben keine Laufkundschaft und deshalb nähern wir uns dem Ganzen jetzt mal an. Wir starten das mal und dann gucken wir auch mal, wie wir die Öffnungszeiten machen. Also bis jetzt ist geplant Montag bis Samstag und von den Uhrzeiten gucken wir, was halt am besten passt. So ein bisschen Learning by Doing. Aber der, also ich kann schon sagen, dass man vom Bahnhof, das bin ich sehr oft spaziert, da sehr schön hinspazieren kann. An der, wie heißt der Fluss nochmal? Filz. An der Filz, ja. An der Filz entlang kann man acht Minuten spazieren, dann ist man in der, und wie heißt das überhaupt? Die Buntwebererei, meinst du? Nee, dein Café. Nee, das Café, Karo Kauer Café. Aber mit C. Karo Kauer Café. Ja. Das ist nicht dein Ernst. Das doch. Ich habe mich, in dem Fall habe ich mich dagegen entschieden. Das sah ganz komisch aus mit diesen drei Ks. Ja gut, Triple K ist schon auf Kuckuckskern. Das sollte man vielleicht nicht machen. Genau. Ja. Gut, aber da trotzdem, ja, im Café gibt es dann den Café und der ist ja dann mit K. Ja, damit kann ich irgendwie, aber ein bisschen, okay. Da gibt es dann das Karo Kauer Café. Kommen wir gehen einen Kaffee trinken bei Karo. So, so sollte man das doch dann, wenn man sich verabredet. Ich versuche gerade zu überlegen, wie man das dann extern formuliert. Also mir wird es gefallen. Also ich mache das ja schon so ein bisschen nach, so, ja, so wie es mir einfach gefällt. Ich wollte erst so eine Blackbox machen. Also wirklich alles, alles, alles aus schwarzen Materialien sozusagen bin ich auch dran. Also das ist auch nach wie vor so. Mittlerweile bin ich ein bisschen davon weg in der Einrichtung. Also da habe ich jetzt einfach Sofas in ein bisschen dunkelgrün und dunkelblau mit reingenommen. Aber ansonsten wird das alles ein sehr edles Café, so vom Look her. Sehr hochwertig alles. Und ja, ich freue mich voll drauf. Es sind auch generell, es ist sehr klein. Also es sind maximal, maximal 30 Plätze. Insgesamt. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin auch voll aufgeregt. Keine Ahnung, was passieren wird, weil das jetzt wirklich so ein Bereich ist, wo ich halt null Erfahrung habe, sowas zu betreiben. Ich habe jetzt eine Caféleitung, die hat da Erfahrung, die bringt das mit, die leitet auch das Café. Aber ja, man ist ja trotzdem, du kennst mich, ich bin immer so am Zweifeln. Vor allem so kurz davor, so richtige Torschusspanik. So, Gott, ist das richtig? Was machst du da eigentlich? Und will, kommt da überhaupt jemand? Ja, aber das sind bei mir immer die normalen Gedanken vor solchen Lounges und das ist ja auch nicht normal, ne? Also crazy. Crazy, crazy. Merkst du, wie du versucht hast, mich zu fragen, was passiert und ich habe es perfekt einfach zurückgespielt und wir haben trotzdem über dich geredet. Das war ganz schön. Und ich wäre nicht ein Idiot, wenn ich dir nicht auch sagen würde, das heißt übrigens nicht Torschusspanik, sondern das ist die Torschusspanik. Also wenn das Tor geschlossen wird, davor hat man Angst und man hat nicht davor Angst, ein Tor zu schießen beim Fußball. Okay, Torschusspanik. Torschusspanik. Ja. Ach, lieben wir, lieben wir, Paul. Das wäre ich nur ohne dich. Ich freue mich richtig auf Dienstag, wirklich, dich wiederzusehen. Ich freue mich wirklich. Ich glaube, das wird cool. Ja, das wird mega. Deswegen. Ich habe, ich steige jetzt ins Flugzeug und nehme meinen Koffer mit und dann hoffe ich, dass es dir gefällt und dann gibt es da die Kollektion ab Dienstagabend, da freue ich mich drauf. Caro, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, ein Restwochenende, es ist ja schon ein Wochenende, während wir hier aufnehmen. Und nächstes Mal erzähle ich dir auch, was bei mir so los ist. Gar kein Problem. Da freue ich mich schon drauf. Also gut, Paul, mach's gut. Bis bald. Bis später. Also bis später. Ciao. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke. Und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet das ein bisschen vor. Und hat zwei, drei Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt's bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist. Jede Woche, dienstags, neu in deinem Podcast-Player.